So und damit willkommen zurück auf bei dir, YouTube. Es ist ein bisschen etwas vergangen an Zeit hier im CoLight Let's Play. Ja, ich komme gerade aus einer Aufnahmesession von Far Cry. Wir sind wieder im Live-Let's Play und ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir denn? Ich hab die, vor allem das Schlimme ist. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht wo wir sind und ich weiß gar nicht wo wir hin müssen. Das ist das Schöne dabei. Ich werde mich wahrscheinlich total verlaufen, weil ich überhaupt gar keinen Plan und gar keinen Schimmer habe, wo wir hin müssen. Ach guck mal an, hier ist so eine Brille und Skistöcke oder so Wanderstöcke und ich hab überhaupt gar keinen Schimmer, wo wir waren, wo wir... Ach doch, die Kirche. Ich entsinne mich, als ob es gestern war. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er lief hier rum. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Wir mussten das Dorf, glaube ich, oder die Kirche irgendwie infiltrieren oder besuchen. Und ich weiß, er lief hier rum. Das Vieh lief hier rum. Ich weiß es genau. Ich weiß es ganz genau. Ich, ähm... Ja. Und ich weiß nur nicht, wie wir da hinkamen oder hinkommen. Aber da waren wir ja noch nicht. Ich, äh... Ich geh mal hier lang. Ganz investigativ. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Besuch. Aber die Musik ist schon... Alter! Hilfe! Der Mond mit dem Totenkopf. Wie kommen wir denn? Kommen wir überhaupt zu dieser Kirche? Geht das überhaupt? Wie kommen wir überhaupt da... Kommen wir überhaupt zu dieser Kirche irgendwie? Ich weiß... Ich weiß... Hö, da hinten ist er! Da hinten... Da, 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 da. Da läuft er. Nein, na, nimm die scheiß Karte weg. Kommt der... Kommt der näher, oder... Ist er da hinten verbuggt? Ich konnte auch zoomen, ne? Irgendwie. Kommt der näher, oder... Rennt der da gerade irgendwie irgendwo gegen? Ich will da nicht hingehen. Wer ist das? Wir müssen aber, glaub ich, da langen. Aber ich, äh... Ich glaub, der hängt da... Geh weg. Geh... Ja, ich geh da nicht lang. Ich geh... Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich geh da nicht lang. Auf keinen Fall. Ihr könnt mich mal. Na, 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 na. Ich geh da nicht lang. Auf keinen Fall. Ich hoffe, der spawnt mal woanders, damit wir mal da lang gehen können. Höh, da ist er. Scheiße. Geh weg. Geh weg. Geg weg. Ah! Was? Geh weg, geh weg. 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 Da waren rote Füße auf dem Boden. Da waren rote Füße auf dem Boden Ich muss Ich muss, ich geht's hier lang, ich geht's hier lang, ciao Ciao, 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 ciao Ciao, 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 ciao Oh, 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 die Kamera Oh, oh Der ist hinter uns, ich weiß es genau Ich weiß es genau, der ist hinter uns Nein, no, geh weg Ah, geh weg Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Ich hoffe, wir gehen richtig Ich höre eine Seite, ist mir jetzt egal Ist mir jetzt total egal Ich will einfach nur zu dieser dämlichen Kirche oder wo auch immer wir sind Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen Hier ist eine Brücke Und da oben ist ein Schluch Ja, ich versuche mich zu beeilen Oh, 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 vielleicht sollten wir ein bisschen rennen Lauf, 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 lauf Alter Der Wind kommt von hinten Oh nein, ich will hier nicht sterben Ich will hier nicht sterben, ich will hier nicht sterben Ich will hier nicht sterben Geh weg Wo muss ich hin? Wo muss ich? Ich geh hier lang Alter Alter, mach nicht so einen Scheiß mit mir Ich bin auch so jung Ich bin so jung zum Sterben Ah, da ist die Brücke, okay Jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Seite von der Kirche Ich hoffe, wir kommen zur Kirche Oh, da war der gelbe Nebel Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gerade gesehen Ich sollte mich etwas beeilen Problem ist, jetzt wird der Wind auch noch schlimmer und Oh mein Gott, ich seh überhaupt nichts mehr gleich hier Ich habe Angst, einen Schritt vor den anderen zu wagen Es ist so mies gerade Was ist das denn da hinten? Guck mal, voll der Smiley da hinten Guck mal Voll der Smilie in die Gesicht Das erfreut mich jetzt ein bisschen Ich rede auch nur, um mich selbst zu beruhigen Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Ich bin ganz ehrlich Ich will da gar nicht hin Ich muss ganz ehrlich gestehen Ich will da gar nicht Vor allem, wie kommt hier oben eine Kirche auf dem Berg? Geh da rein, 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 Only in the shadows of the trees My thoughts are peaceful When I see how the sun brushes the green leaves And the wind covers my face in a gentle, warm blow The doctors say the worst is behind me The breakdown was temporary It's difficult for me to say what triggered this state I know you'll never forgive me for what I've done The tragedy that I've contributed to Shall never find any justification or explanation I can only cover it up with madness But I am aware that this is a pathetic excuse And I'm not able to hide behind it I take full responsibility for what happened And I am prepared to be punished The doctors, however, say I will probably not leave the Institute You must know I would rather rot in prison a hundred times For what I have done to you I have to confess I tricked you I knew you would never, ever want to hear what I have to say to you That is why I sent my friend with this letter to your sister And after a lot of persuasion She agreed to read it to you I thank her from the bottom of my heart for this I'm ending this letter I want to bore you no more I love you And believe that someday Hopefully I will be able to tell you all this in person Luckily, my friend Anton is by my side at all times He was the one that went to your sister I hope this letter finds you both well and in good health I wish you all the best Forever yours Vitali Meine liebe Viera Ich vertrieb mir die Zeit in der Anstalt mit langen Spaziergängen durch den Park Nur hier finde ich Trost im Schatten der Bäume Wenn ich sehe, wie die Sonne die grünen Blätter kitzelt Und den sanften, warmen Wind auf mein Gesicht spüre Überkommen mich friedliche Gedanken Die Ärzte sagen, das Schlimmste liegt hinter mir Die Krise war nur von kurzer Dauer Ich kann nicht sagen, was dieser Zustand ausgelöst hat Ich weiß, dass du mir nie verzeihen wirst Was ich getan habe Für diese Tragödie, zu denen ich beigetragen habe Gibt es keine Rechtfertigung und keine Erklärung Ich kann sie nur hinter dem Schleier des Wahnsinns verbergen Aber ich weiß, dass eine erbärmliche Ausrede ist Ich weiß, dass es eine erbärmliche Ausrede ist Hinter der ich mich nicht verstecken kann Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was passiert ist Ich bin bereit, dafür bestraft zu werden Die Ärzte meinen jedoch, dass ich die Anstalt wahrscheinlich nicht verlassen werde Ich möchte, dass du weißt, ich würde für das, was ich dir angetan habe Tausendmal lieber im Gefängnis schmorgen Ich gebe zu, dass ich dich hier reingelegt habe Ich wusste, dass du nicht hören wollen würdest, was ich dir zu sagen habe Deshalb habe ich einen Freund mit diesem Brief zu deiner Schwester geschickt Mit viel Überredungskunst Mein Gott, Überredungskunst Konnte er sie schließlich dazu bringen Ihn dir vorzulesen Ich danke ihm von Herzen dafür Ich beende diesen Brief jetzt Denn ich will dich nicht noch länger langweilen Ich liebe dich Und hoffe, dass ich dir eines Tages Alles persönlich Äh, persönlich werde erzählen können Zum Glück ist mein Freund Anton immer an meiner Seite Er war es, der zu deiner Schwester ging Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund Ich wünsche euch alles Gute, liebe Vitali Oh, Mann Was hat sie nur getan? Was hat er nur getan? Das Wetter lässt auf tiefe Temperaturen schließen Das stimmt Mann Was hat er nur getan? Ich schaue mal eben schnell auf die Karte Wo wir uns befinden Wo die Kirche ist Da sind wir jetzt wahrscheinlich Oh Gott Wir müssen jetzt hier irgendwie wieder zurück anscheinend Uns fehlt noch eine Ein Punkt fehlt uns noch Die Frage ist, wo ist dieser Punkt? Der kann überall sein Verdammt, ey Der kann auch hier sein Der kann aber auch hier sein irgendwo Das heißt, wir müssen erstmal Uns orientieren Wir müssen noch ein Landmark finden Einen verdammten Landmark Und es wird immer Alter Ist das hier windig Geh mal hier lang Mal gucken, ob wir was finden Oh Mann Mach mal lieber Taschenlampe Oh Gott, diesen Gräber Oh Gott Oh Gott Ich ähm Ich habe Angst hier so lange rumzustehen Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe Da taucht dann gleich irgendwas auf Geht's da unten irgendwo hin? Ich geh mal hier lang Weiß gar nicht Also Schauen wir mal Ne, hier ist eine Ich glaube hier ist eine Sackgasse Vielleicht geht's ja hier weiter Ich geh mal durch die Bäume und alles Und Tralala Und Hopsassa Und Da geht's auch nicht weiter Müssen wir tatsächlich zurück Die Wölfe von Far Cry sind auch gerade hier Okay, hier geht's anscheinend nicht mehr Nicht mehr weiter Uah, ich will hier nicht sterben Hör Die Frage ist Wo ist der Landmark Wo wir noch nicht waren? Okay, hier kommen wir anscheinend eh nicht durch Ne, okay Das heißt, wir müssen jetzt erstmal um Ne, ich wollte eigentlich nicht die Augen zoomen Da ist der Kompass Komisch, dass die Qualität schon wieder ein bisschen besser ist Bei Coolland als über Far Cry Weil das ist schon sehr merkwürdig So Müssen wir jetzt den Weg wirklich zurückgehen? Warte mal Von hier kamen wir doch gar nicht, ne, oder? Gibt's hier irgendwo Gibt's Oh Da könnte man sich verstecken Okay, von hier kamen wir ja gar nicht Da ging's auch nicht weiter Noch ist alles ruhig Und noch entspannt Da oben auf dem Sendemast waren wir ja auch schon gewesen Das war ja ziemlich am Anfang, ne? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was ist denn hier?